Aber der Hintergrund soll schon feuern, ja? Ja, den mach ich halt eh weg. Aber wir müssen darauf achten, dass das untere Viertel, weil da ist dann immer so, da ist ein Haufen Schrift, dass das untere Viertel mindestens frei ist und dass da drüber noch ein bisschen Platz ist, wo ich dann diese Textbox einbauen kann. Also wenn ich quasi... Passt. ...so... ...nochmal. ...three days later. Ich würde noch einen machen. Habe ich mir doch gedacht! Möchtest du dabei noch ein bisschen... Ne. Ich schütze meine Füße.